Ja, der vierte Aspekt von den Sechsen, Selbstheilung und Verjüngung durch fließende Energie. Sobald die größten Blockaden in Ihrem Energiekreislauf beseitigt sind und die Energie sie mit voller Kraft durchströmt, können Sie die gesteigerte sexuelle Energie zu Heilswecken verwenden. Indem Sie visualisieren und eine klare Absicht verfolgen, können Sie Energie in Nieren, Leber, Lungen, Magen und zu anderen inneren Organen lenken. Sie können die Energie in Körperteile lenken, die Traumata oder Verletzungen erlitten haben. Sie können Bereiche Ihres Körpers öffnen, die durch die Anforderungen des Alltags verkrampft oder geschwächt sind. Stellen Sie sich bei der Lektüre der folgenden Übung einfach vor, Sie würden sie machen. Entfachen und lenken Sie Ihre heilende Energie. Diese einfache Übung zur Steigerung und Zirkulation innerer Energie beginnt damit, dass Sie sich aufrecht hinstellen. Die Füße stehen parallel und etwa schulterbreit auseinander. Also stelle ich bitte hin und stelle die Beine schulterbreit auseinander. Die Zehen sind nach vorne gerichtet. Gehen Sie leicht in die Knie. Heben Sie die Arme etwa auf Herzhöhe. Runden Sie die Arme. Winkeln Sie die Ellenbogen ganz leicht an. Und drehen Sie die Handflächen zur Brust. Als wollten Sie einen großen Medizinball umarmen. Lassen Sie die Zungenspitze locker am Gaumen ruhen. Entspannen Sie sich so weit wie möglich, ohne dabei die Haltung zu verändern. Die Füße stehen flach auf dem Boden. Die Wirbelsäule ist lang. Sie blicken mit halb geschlossenen Augen auf den Horizont. Lassen Sie Ihren Atem kreisen, wie Sie das auch während des Liebesspiels üben. Ziehen Sie beim Einatmen die Energie an der Vorderseite des Körpers nach unten. Füllen Sie den Bauch mit so viel Kraft und Atem, bis Sie den Druck auf Ihren Geschlechtsorganen spüren. Ziehen Sie nun die Geschlechtsorgane sowie die gesamte Beckenbodenmuskulatur zusammen. Atmen Sie dabei aus und lassen Sie die Energie an der Wirbelsäule emporsteigen. Lächeln Sie, damit Sie sich nicht allzu sehr versteifen. Lächeln Sie mit Ihrem Gesicht und spüren Sie, wie das Innere Ihres ganzen Körpers lächelt. Vor allem Bauch und Brust. Bleiben Sie mit angewinkelten Beinen stehen und strecken Sie die Arme vor sich aus, als wollten Sie einen großen Energieball vor der Brust umarmen. Achten Sie darauf, dass der untere Rücken entspannt bleibt. Stellen Sie sich vor, an Ihrem Kopf sei ein himmlischer Faden befestigt, der Ihnen nach oben zieht. Und an Ihrem Steißbein hänge ein 500 Kilogramm schweres Gewicht, das es nach unten zieht. Ihre Wirbelsäule verlängert und entspannt. Sie können das Gesicht nun etwas entspannen. Bewahren Sie sich jedoch das Gefühl des inneren körperlichen Lächelns, besonders dann, wenn es allmählich schwierig wird, die Position zu halten. Wenn Sie so stehen bleiben und das zirkulierende Atmen praktizieren, wird es Ihre innere Energie ebenso steigern wie die sexuelle Stimulation. Manche Menschen können den inneren Energiefluss mehr, andere weniger deutlich wahrnehmen. Machen Sie sich also keine Gedanken, wenn Sie anfangs nicht spüren, wie die Energie an der Wirbelsäule entlang nach oben und an der Vorderseite des Körpers nach unten strömt. Wenn Sie weiter üben, wenn Sie Blockaden auflösen und die Energie Sie kräftiger durchströmt, werden Sie sie besser wahrnehmen können. Wenn Sie einen stechenden Schmerz in Ihren Gelenken verspüren, zum Beispiel in Knien, Hüften oder Schultern, gehen Sie sofort aus dieser Haltung heraus und machen Sie eine Pause. Es ist jedoch normal, wenn Ihre Muskeln zittern und Sie Hitze- oder Kältewallungen bekommen, während Sie lernen, Ihre Energie kreisen zu lassen. Wenn Ihre Beine oder Ihr ganzer Körper zu zittern anfangen, ist das vollkommen in Ordnung. Machen Sie einfach weiter. Behalten Sie die Position bei. Legen Sie die Zunge bei geschlossenem Mund an den Gaumen. Atmen Sie stets durch die Nase. Atmen Sie Ihre Energie an der Wirbelsäule entlang nach oben und an der Körpervorderseite nach unten und lächeln Sie innerlich. Machen Sie diese Übung jeden Tag ein paar Minuten und steigern Sie sich allmählich, bis Sie ungefähr 10 Minuten so stehen können. Denken Sie daran, dass die Herzgegend immer weich, offen und entspannt sein sollte. Manchmal hilft es, wenn Sie sich bei dieser Übung vorstellen, den geliebten Menschen zu umarmen. Sobald Sie spüren, wie die Energie an der Wirbelsäule nach oben und an der Vorderseite des Körpers nach unten fließt, können Sie sich vorstellen oder visualisieren, wie die Energie in die Körperteile strömt, die Sie am dringendsten benötigen. Nehmen wir an, Sie hätten nach einem anstrengenden Tag einen Knoten im Bauch. Während Sie beim Atemholen die Energie an der Körpervorderseite nach unten schicken, atmen Sie gleichzeitig direkt in die Anspannung in Ihren Bauch hinein. Es sollte sich anfühlen, als würden Sie einen Luftballon aufblasen, als würden Sie den Knoten mit der Kraft Ihres Atems weiten, damit er sich lockert und löst. Beim Ausatmen setzen Sie dann die in dem Knoten gespeicherte Spannung frei, damit sie ungehindert durch Ihren inneren Kreislauf fließen kann. Atmen Sie neue Energie in den Knoten hinein und lassen Sie die Energie kreisen. Wiederholen Sie das ein paar Minuten. Wenn Sie das Gefühl haben, dass die Spannung Ihren Körper verlassen möchte, atmen Sie durch Ihre Hände und Füße aus. Sie können diese Stehübung nicht nur dazu verwenden, bestimmte Körperteile mit Energie zu versorgen. Sie können die vermehrte Energie damit auch in emotionale Bereiche lenken, die der Heilung bedürfen. Wenn Sie etwa als Kind sexuell missbraucht worden sind, können Sie die Situation des Missbrauchs vorsichtig und liebevoll mit einem Partner nachstellen, dem Sie vertrauen. Wenn Sie sich dann mitten in der traumatischen Situation befinden, können Sie die vermehrte innere Energie, die Hindernisse und Windungen lenken und so den natürlichen Kreislauf Ihres Körpers wiederherstellen. Sie können diese Übung in Verbindung mit sexueller Stimulation machen und dabei den Anweisungen in Teil 4 dieses Buches folgen. Sie können Ihre innere Energie aber auch dadurch zum Fließen bringen und den natürlichen Kreislauf wiederherstellen, dass Sie die oben beschriebene Stehübung etwas anpassen und eine sitzende oder liegende Position einnehmen, um die Situation des Missbrauchs besser nachstellen zu können. Derartige Übungen sollten am besten unter der Aufsicht von psychologisch oder medizinisch ausgebildetem Fachpersonal gemacht werden. Indem Sie lernen, die gesteigerte Energie mitfühlend und liebevoll durch Ihren Kreislauf fließen zu lassen, können Sie emotionale und körperliche Blockaden beseitigen, die aufgrund alter Verletzungen und immer wiederkehrende Erinnerungen entstanden sind. Wenn fleißiges Üben Ihren Körper geöffnet hat und Sie Ihre Energie kreisen lassen können, kann die gänzliche körperliche und emotionale Heilung außergewöhnlich schnell vonstatten gehen. Mit etwas Übung können Sie immer tiefere Ebenen von Spannungsresten befreien, die sich in Folge alter Verletzungen und Traumata in Ihrem Körper und in Ihrem Geist angesammelt haben. Gleichzeitig lernen Sie, die Tag für Tag neu entstehenden Blockaden sogleich aufzulösen, wenn sie sich bilden. Wenn die alten Blockaden und Widerstände genügend Aufmerksamkeit erfahren und schließlich geheilt sind, geht es beim Üben fast nur noch darum, wie offen oder verschlossen Sie im Augenblick sind. Liebe sein oder nicht Liebe sein, nur das ist die Frage. Im nächsten Video kommen wir zum fünften Aspekt, auch beim Sex, reines Bewusstsein und Liebe. Viel Freude!